Was machen wir denn jetzt? Ich nehme das Messer wieder mit, vorsichtshalber. Obwohl, das ist auch blöd, ne? Weil, warte mal, kann ich das ablegen? Ah, shit. Wir müssen mehr rauskriegen. Wir müssen viel mehr rausbekommen. Über ihre Vergangenheit auch, weil irgendwas ist damit. Guck mal, wer ein Dessert gemacht hat. Lass mich wissen, wenn du in der Moodie bist. Ja, ich will. Babe, ich weiß, dass du eine Karte hast. Ich muss dir nur sagen, wo du sie hattest. Eine Karte? Aggressiv fragen, wo sie die Uhr versteckt hat. Vielleicht eigentlich am Anfang den Beweis mit dem Donner, bevor der Sturm da ist. Okay. Das war nicht sehr gut. Ich will sagen, dass der Tag wieder von vorne anfängt. Beweisen. Hä, aber es ist echt tatsächlich gerade nicht am Regnen. War es am Regnen vorhin? Wie wir losgelegt haben? Äh, das Geschenk. Ich hole es nochmal. Ich wüsste nicht, was wir noch beweisen. Ah ja, der Schalter, der ist kaputt, ne? Ah, okay. Okay, vielleicht jetzt das Geschenk. Das Geschenk. Schau, schau, es ist sicherlich unbaut. Aber ich weiß, dass es in den Babyschlafen gibt. Ich habe sie einfach heute gekauft. Wie konnte du es wissen? Ich habe dir gesagt, dass ich in einem Zeitraum, Luke. Glaubst du mich jetzt? Oh, ja. Ich meine, ich, 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 ich denke, ich mache es. Ja. Ich muss dich unten. Mach das bitte. Das ist verrückt. Mann, das ist nicht wie ich dachte, diese Nacht was gehen wäre. Quatsch mal mit ihr jetzt. Mit dem Polizisten erzählen. Und in den nächsten paar Minuten wird ein Polizist am Türken sein. Was will er? Sie bitten die Tür nicht aufzumachen, sagen, dass der Polizist sie des Mordes beschuldigt, ist das eine gute Idee, weil wir wissen es ja nicht, ob es stimmt, dann könnte sie auch wieder ein bisschen garstig auf uns reagieren und uns dann vielleicht nicht mehr so trauen, weil aktuell traut sie uns ja. Und wir können sie einfach auch mal bitten, die Tür nicht aufzumachen, oder? Okay. Okay, ähm, noch eher Vergangenheit fragen. Ah, mit dem Gelogen weiß ich noch nicht. Soll ich das machen? Ich probiere das mit dem Polizisten. Ja, der Polizist. Er wird dich verabschieden, um deinen Vater zu töten. Wir sagen, dass es ein guter Zeitpunkt ist für ein Dessert. Ja, ich glaube nicht, oder? Ich probiere es mal. Ja, das glaube ich. Okay. Tanzen? Jetzt kommt der. Ja, so, äh, Zeitlupe. Wie, äh, äh, ich habe keine Ahnung, wie du darauf reagieren kannst. Der wird jetzt gleich kommen. Aber, das Messer habe ich, ne? Ja, okay. Hä, was ist das denn? Hä, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Wie bin ich denn? Hä, warte mal. Nein! Wie bin ich denn gerade nach oben gekommen, zu diesem Lüftungsschacht? Wo war der? Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Äh, Schlaftabletten. Ich kann ja mit den Sachen auch interagieren, ne? Ah, verstehe ich. Okay, man kann mit den Sachen auch interagieren, so. Kann ich ihr das geben? Was zu trinken? Ja. Hier ist es. Ich bin nicht mehr davon aus den Sachen. Okay, sie hat keinen Durst. Aber der klingelt jetzt. Er klingelt, okay. Kann ich die Tür abschließen? Ist das ihn? Ich habe die Tür abgeschlossen. Ja, das ist er. Guter Zeitpunkt für ein Dessert. Genau jetzt. Lass uns ein Dessert essen. Let's talk later. Ist das er? Ja, das ist er. Komm her, ich weiß, du bist im Haus. Öpne die Tür. Wollen wir nur warten, um ihn zu verlassen. Warte, du weißt, was er will. Fragen, warum er mir die Vergangenheit gelogen hat? Komm, ich mach das. Du hast mich all diese Zeit verliebt? Was? Was ist das für deine Vergangenheit? Ich habe eine Warnung. Was? Ich weiß nicht, was du sprachst. Okay. Mord ihres Vaters erwähnen. Was ist das für deinem Vater? Was ist das? Mein Vater hat ein Herz attackiert, Scheiße. Ich will nicht darüber sprechen. Okay. Gut, dann setz ihn mir jetzt... Kannst du ihm bringen zu gehen? Was tun wir tun? Nein. Okay, ist verschlossen. Gott sei Dank. Guck, weg. Äh. Äh, nein. Das ist viel mehr auf dem Boden. Jetzt. Geht nicht. Nein, Alter. Ich wollte das Messer nehmen. Oh, fuck, Alter. Ich kann nichts machen. Es geht vielleicht. Komm, 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 komm. Kann ich, kann ich... Jetzt hier eben... Au, Alter, au. Au. Er ist auf jeden Fall nicht der Kämpfer. Das ist ja richtig blöd. Mit dem Messer können wir uns auf jeden Fall schon mal befreien. So viel steht schon mal fest. Die Frage ist jetzt... Also die Tür sollten wir auf jeden Fall abschließen. So viel... Ich meine, es bringt nicht viel. Er ist gut. Ja. Hi. Äh, Babe, wir müssen reden. Ich hörte nicht, dass du in die Zeit gekommen bist. Bestes Nacht ever. Glaubst du, wer ein Dessert gemacht hat. Lass mich wissen, wenn du in der Moodie bist. Ja, ich will. Wir können sich auf jeden Fall dazu überreden, dass wir in der Zeitschleife gefesthängen. Das ist schon mal richtig. Wir müssen hier von den Polizisten erzählen, Vergangenheit fragen, beweisen, dass der Tag mehr von vorne anfängt. Ich bin in einer Zeitlupe und ich kann es prüfen. Genau. Einen Donner erzählen. In ein paar Sekunden werden wir den Tüpen hören. Ich weiß, dass die Vorbereitung gesagt hat, dass es klar wäre, aber warte und hören. Klar. Okay, dann können wir das Geschenk gleich machen. Äh. Wir müssen ihn irgendwie ausgenockt kriegen, den Typen. Dann könnten wir ihm vielleicht Schlaftabletten geben oder so, den Typen. Nein, besser warten wir für den Typen zuerst. Okay. Nein, besser warten wir für den Typen zuerst. Okay, dann warten wir mal eben aufs Gewitter. Oder gewittert es heute nicht? Doch, es ist ja eigentlich immer wieder dieselben 12 Minuten, ne? Die wir spielen. Wir können die Gäste nutzen. Kommt nichts? Nein, besser warten wir für den Typen zuerst. Wie hast du das gemacht? Ich habe dir gesagt, ich bin in einem Zeitlupe. Ich weiß, dass du mehr Beweis brauchst. Lass mich etwas anderes finden. Weiß aus wie. Warte. Bett, was kann ich mit dem Bett machen? Was ist das Bett, Humba, Humba? Was ist das? Ja, nichts, ich glaube. Okay. Humba, Humba. Okay, einen anderen Beweis. Wir probieren wieder das Geschenk. Ich würde sie gerne verstecken wollen oder so. Die Frage ist, warum er will er dir ans Leder? Er will ja nicht mir ans Leder, er will ihr ans Leder. Der angebliche Polizist. Ähm. Vergangenheit fragen, haben wir schon. Wir haben eigentlich alles erstmal an Themen, was wir so sie fragen, ob sie tanzen würden. Ist ja vollkommener Blödsinn. Das bringt ja nichts, glaube ich. Oh, das ist ein neues. Aber nein, ich bin nicht genau in der Mood. Okay. Lass uns den Leder. Hier, den Becher erstmal nehmen. Kann ich sonst noch was nehmen, irgendwie? Löffel oder so? Also, ein Zeitlöp. Wie... Ich habe keine Ahnung, wie man reagiert. Falsche Kerze. Gültschrank. Kann ich hier noch irgendwas anderes nehmen, außer das Dessert? Teller? Zwischen Kleiderschrank und... Ach, zwischen Schlafzimmer und Kleiderschrank ist ja... Ach, da! Ventilator geht da, stimmt. Warte mal, kann ich den vielleicht mit dem Messer öffnen? Das geht. Was machst du? Warte mal. Kann ich da was platzieren? Aber was kann ich da platzieren? Was macht da Sinn zu platzieren? Das Geschenk? Es ist nicht genug Raum, um das zu platzieren. Kerze? Kann ich es wieder zumachen? Okay, anscheinend nicht. Aber wo war der andere Ventilatorschlitz? Okay, wir müssen auf jeden Fall in der Zeit, bevor der kommt, einiges hier machen. Kleidung, Telefon. Oh ja, stimmt, wir haben das Telefon ja, ne? Sollen wir die Polizei rufen vielleicht? Der Fahrstuhl? Äh, 9-1-1 Ich ruf die Polizei. Äh, vom Polizisten erzählen, erklären, dass du ein Zeitschrank gefangen bist. Erzählen, äh, dass deine Frau eine Mörderin ist? Nein, Polizisten erzählen. Ist das jemand, der in meine Appartement ist? Er hat eine Schraube, er wird mich und meine Frau töten. Fünfzehn Minuten? Ein safe place. Äh, ich... Aber wo war der Lüftungsschacht hier gewesen? Das bringt ja sowieso nichts. Ähm... Ich bin mit der Polizei. Ähm... Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal getroffen mit dem Messer. Ich frage mich, wie ich zu einem anderen Lüftungsschacht kam, wo der war. Wie ich da... Sehr merkwürdig alles. Wir müssen auf jeden Fall mehr über die Vergangenheit rausfinden von ihr. Vielleicht können wir das Foto bei ihr benutzen. Ich schließe mal die Tür schon mal ab, ne? So. Äh, das Foto bei ihr. Okay. Was kann ich mit dem Bett machen? Kann ich da irgendwas mit machen? Ähm... Was? Oh nein! Schon mal die Cops rufen. Ey, das ist eine gute Idee. Nein! Oh, fuck! Aber wenn die Polizei sagt, sie braucht 15 Minuten, glaube ich nicht, dass das klappt. Ich probiere es trotzdem mal. Er ist zu stark. Ich kann ihn nicht auf jeden Fall kämpfen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich finde, er ist zu stark für uns. Okay. So viel steht schon mal fest. Steht im Telefon eigentlich noch was anderes? Jetzt... Ne, ne? Hi, Schatzi. Oh, im Kleiderschrank. Hm. Ich hörte nicht, wie du in kamst. Besten Nacht ever. Guck mal, wer ein Dessert gemacht hat. Lass mich wissen, wenn du in der Mood. Ja, ich will. Oh, warte mal. Oh, Hauli. Ich hab die beste Idee ever. Ich ruf jetzt erstmal den Notruf. Dann erzähle ich ihr von ihm. Ah, okay, wir hätten erst... Ah, okay. Okay, wir hätten erst ihr erzählen. Wir müssen erst ihr erzählen davon. Sonst bringt das nichts. Ähm... Donner erzählen? Dann würde ich mich im Schrank verstecken. Ich muss das Messer noch nehmen. Ähm... Genau. Warten wir mal eben auf den Donner. Ich würde das Messer nehmen, dann das Geschenk. Dann weiß sie schon mal Bescheid. Dann würde ich ihr von den Polizisten erzählen. Aber ich weiß nicht, ob das... Oder wir warten halt drauf, was er sonst... Aber er bringt uns ja um, ne? So, warte. Das Geschenk. Ah, da ist ein Lüftungsschacht. Stimmt. Was haben wir noch? Sonst noch irgendwas? Man muss genau untersuchen alles. Nee, ist noch ein Sessel. Kommode, Blume. Das Geschenk zeige ich ihr mal eben. Wie gruselig das wäre, wenn das echt wäre. Wenn man immer wieder in so einer Zeitschleife gefangen wäre. Ja, sit down, please. So, jetzt höre ich mal eben das Messer. Die Polizei nochmal rufen. Achso, nee, warte mal. Nein, 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 nein. Erstmal mit der Frau reden über den Polizisten. Und in den nächsten paar Minuten wird der Polizistin an der Tür sein. Was will er? Verrückt mir, einfach nicht die Tür öffnen. Okay. Okay, gut. So, jetzt... Let's talk later. Polizei rufen, aber jetzt ist es eh zu spät, weil ich glaube nicht, dass es noch was bringt. Butterfly erfleckt ja ein bisschen. Ähm... Ja, das bringt nichts mit der Polizei. Nein, nein, ich will kein... Können wir was ausprobieren? Bevor der jetzt kommt. Wir müssen uns dann echt beeilen. Was, wofür ist das? Wofür ist der Ventilator, bitte? Blumen? Nein, nicht hinsetzen. Steh auf, Mann. Ich würde mich jetzt verstecken in dem Schrank gleich und ihn dann überraschen. Vergangenheit fragen, Polizistin... Ich glaube, wir müssen darauf warten, dass sie tatsächlich, äh, noch mal ein bisschen von sich preisgibt dann mit dem. Anders glaube ich nicht. Ich nehme mal den Becher noch mit. Ich mache den mal voll. Und jetzt würde ich in den Schrank gehen, weil der kommt jetzt gleich. Ja, komm, Löffel nehme ich auch mal mit. Ich nehme alles mit, ne? Die Schlaftabletten, vorsichtshalber auch. Oh, der kommt. 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 Hä? Ich habe jetzt irgendwo hingeklickt und dann... Ach, hier oben vielleicht? Bin mir nicht sicher. Schnell im Schrank. Fuck. Ja. Nein, bloß nicht. Oh, das wird jetzt lustig. Ihr sagen, wir ihn verschenken. Das geht leider nicht. Nichts. Ich habe ein Warrant. Open up. Go away. Open die Tür jetzt, oder ich werde es runterziehen. No. Wait. Du wissen, was er will. Was er will. Kannst du ihn weg? Kannst du ihn weg? Was wir tun? Go away. Sollen wir mal kurz warten? Also ist jemand hier. Oh, fuck. Oh, shit. Ich würde ihn jetzt mal überraschen. Shit. Das war nicht richtig. Oh, mein Gott. Gah. Oh, Jesus. Hey, du bist erschossen. Was zur Hölle? Oder wir bleiben einfach im Schrank erstmal, oder? Oh, fuck.